Herzlich Willkommen zur Demo von Hell of an Office, zur nächsten Demo von Steam Next Fest. Der Trailer sah ziemlich crazy wieder mal aus, von daher würde ich sagen gehen wir direkt hinein ins Spiel und schauen an was uns da erwartet. Prologue The Interview Talk with the Receptionists Welcome, welcome, I can see you have still hope in your eyes, don't worry you'll lose it soon. First piece of advice is free, don't question anything, especially on your first day, a mistake like that would follow you through eternity, go on now, Mr. Stan is waiting for you. Ok, ich spiele das, ich spiele auch hier doch lieber mit Maus und Tastatur, denn es hat gerade ein Gamepad erkannt, Stan Morningstar, Chief Executive Officer, Morningstar, ich heiße heute Nacht und Morgen Egg, hat was. Oh, wow, talk with the boss. Wieso muss ich genau hier hin stehen? Wir sind in? So, wir sind in? Wir sind in? Hi, ich bin in. Wir sind hier die Ferfitte Stimme, such a pleasure to see my student at the Retourgement program ist still working perfectly. Hi, ich bin in. Aha, ich bin in. Ihr habt alle die Leute versucht zu hören, aber wir wissen beide, dass du das Geld und das Job brauchst. Ich habe es sicher. Also sagen wir mal die Dottel-Line. Ja gut. Ich glaube diesen Vertrag können wir nicht durchlesen. Geht! Hey, 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 hey! WELL-Line and welcome to the Hello Family Kids. We assure you, you stay walking inside of me. Is that free? No. Go, go, hey! Okay, da sind wir in der Hölle. Spannend. 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 Meet Mr. Stapley Hello, office supply materials Sunbisten hier, Stanley Parable vibes Clutter desk, cluttered mind Papers, folders, organizers, tools and more Work early, work often Hard work is heavy work Oh sorry, da bin ich wieder Mr. Stapley Hi Don't you just find Mr. Sten so inspiring? I'm Mr. Stapley, Sten's most loyal servant I love hell oh so much Staple, staple, staple That's what I think about all day You will say I'm quite a staple head Anyway, I'm also in charge of the new hires Grab your staple and start stapling We sure love to see a busy bee in their first day Okay, ja doch, du bist ein staple head, ich sehe das Ähm, wie heisst das nochmal auf deutsch No staplers allowed in this zone Wir sehen alle sehr gut aus, muss ich sagen First day I feel sorry for you Doch, doch Sieht alles Vertrauenses im Irrwürtig aus Okay, Meeting Room ist offen Können wir das auch wieder warten, sprechen Three screens for triple the productivity Ja doch, doch, ich sehe das, ich sehe das Spend my life in an office like this Can't believe it was inspired by hell itself Okay, wir müssen da durch Employee of the month Einfach jeder Schön, doch gefällt mir bisher An educational video series survived the office The true Mr. Stapley has been here since the beginning Maybe too much stapling turned him into that thing Schöne Krawatte Okay, kann ich das irgendwie abspielen? Ich glaube, das ist soweit noch hilfreich Wahrscheinlich nicht Oder ist nachher Sehr vertrauenswürdige Und schöne Gar nicht creepy, der Typ da hinten I had the most magnificent moustache when alive But there is no facial hair on burn skin Ähm Alles gut bei dir, du hast gar keinen PC vor dir If we are creative enough, there is place for two to sit here Mehr Dank, Kat, tschüss Don't mind me, I'm just a coat hanger Ich bin ziemlich verwirrt, was das hier alles ist Ähm, okay Sometimes I come here with a small water bottle attached to mine To relieve the joy of peeing Doch bin ich gut He told me to calibrate the oblivion spring, but I don't know what it is I just make up words to reject the prototypes, make me look smart Mhm.. ja Ja Ehh Da müssen wir gleich rein They only serve Ca cappuccino in here Oh, that door, it will open sooner or later Did you get it ? Later, like a latte coffee Ich will nur sterben! Das Impresso! Oh Gott, ist das gut! Ah, schön! Okay, Ritual Room! Ah, von hier kommen wir nicht. Schön! Erstes Tag, hm? Ich kann dir sagen, wie smooth deine Haut ist. Du kommst in die Lava genug, und du siehst wie der Rest uns. Ja, ja, du... Ich weiß, was du meinst. Ritual Room. Ja, ganz normaler Tag im Office. Wirklich. Ganz normaler Tag im Office. Ah, schön! Na? Kannst du uns einen Party-Hat und ein Gift finden? Es ist Karls Birthday! Ich habe gehört, sie haben Party-Hats in der Meeting Room. Und ich glaube, ich sah ein Gift in der Lab. Okay. Schöner Geburtstag, Karl! Ich will da nicht unbedingt rein. Oder ist das? Ähm... Der Seeling ist so dirty. Oh! Ach! Noch mal kurz... Ohne mich. Sehr schön. Das, 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 also... Sehr schön, wirklich. Doch, doch. Gefällt mir bisher sehr gut. Also im Meeting Room, soll ein Party-Hat sein. Das stimmt. Ich nehme mit denen mal. Tschüss! Und im Lab... Ähm... So ein Geschenk sein. Jaa. Ich kann ihn verstehen... ...warning... ... zh. !! Braindamage, zhn. I'm testing the helmet! Du kannst einen Handelplatz machen! Aber ich kann ihn verstehen... Derts. I'm testing the helmet. Tja! Bist du das? Die Helmet? wash my myself I still smell like a corpse me neither I can't even read so ja oh schön ehrlich gesagt das ist glaube ich gar nicht das spiel information from friday to sunday lava speed will increase einmal das und einmal das ok was thanks a lot let's get this party started ok hey ich überlasse euch das mal tschüss was ist das hier verdunt ok ab in unser office ist das hier so dunkel dann eternity might sound like a long time but after some point time stops making sense ok miserabel receptionist yes yes i can start to feel is that me itch i feel on my newfound flesh marvelous marvelous wieso hinterflagge ich das überhaupt alles hier das sieht so falsch aus 300 we are stapling and no race no promotion i can't take it anymore i can't take it anymore i can't take it anymore oh da steht auch hier die sind so dunkel die sieht man gar nicht das ist dann also unsere schöne desk don't burn yourself hold on go back to mr stapling staple 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 you can't staple without staples good damn it gary this is why gary will never get his own he can't even make sure new new stemplars are loaded go on them find gary and get some staples to keep things fun and light harder to be like playing their floor is lava when employees are not at their stations except this is a little literal lava and it will kill you job job rookie middle managers need to pretend to review that paperwork they can't do it unless it's stapled staples 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 was schön jetzt fängt glaube ich das spiel dann erst richtig an mal schauen ich bin gespannt ach so okay press to dash level completed okay gold schön was haben wir denn staples ich bin der kann ich auch ein silber na komm Gary If it's staples you are looking for you will need to talk to Gary He's taking this cold thing a step too far Meet Gary Das war gerade Barry Achtung, Feuerzone Warte Hello Office Supply Materials Schön Schön Sie dich alle anbeten Gary Bishop of the Holy State Greetings Traveler Greetings What brings you to the scared crowns of the Holy State Ah staples, the humble yet indispensable vessel of unity among scattered papers Before you obtain such treasures a sacrifice must be made Bring forth Barry Watch Barry Das war Gary Und Barry ist dahinten Und da ist weg wenn wir wenden natürlich ist er weg Ah ne da ist er weg Woa! Go back to Garry. Fear not the fiery deaths for under Hallows dominion, the soul remains. This time for rematerialization and literal exploitation. With this act of devotion the Staples shall now be granted to you. Farewell noble seeker of Staples. Go back to Mr. Stapley. Ich habe keine Ahnung was hier passiert. Shoot. To shoot using any service to rocket jump. Okay. What the fuck is this game? Schön. Gefällt mir bisher sehr gut. Wirklich. Sehr gut. Oh Dash. Uh, nice. Combos. Boah, das ist geil. Das geht nicht wirklich. Gefällt mir. Oh shit. Boah, das ist gut. Oh, das ist nice. Oh shit. You're fired. Es ist schwierig zu sagen manchmal, weil man schiessen muss. Oder dashen. Aber es ist unglaublich gut. Unglaublich guter Flow, wirklich. Einfach Rang 400. Einfach Rang 400. Feld. Absolut. Absolut. Bis zum nächsten Mal.